Der neue Treff in Halle-Neustadt. Im modernen Einkaufszentrum hat vor wenigen Tagen eine Apotheke wieder eröffnet, die hier schon zuvor ihren Standort und viele Stammkunden hatte. Ich bin selbstständiger Apotheker seit dem Jahr 2000. Ich habe die Apotheke am Treff eröffnet vor 20 Jahren. Während der Bauphase wurde ein Ausweichstandort in der Nähe gefunden. Doch nun erwartet die Kunden hier wieder ein großzügig gestalteter Raum. Vom Gebäude her alles neu, viel Glas. Vom Style her haben wir eine schöne Einrichtung gewählt. Es gefällt uns schon viel besser. Was die Kunden nicht sehen, ist gewissermaßen das Herzstück. Das Apothekenpersonal wird von Mitarbeitern des halleschen Unternehmens Gollmann Kommissioniersysteme in die Funktion des neuen Automaten eingewiesen. Natürlich ist die Automatisierung jetzt im Gange. Viele Apotheker entscheiden sich auch für den Automaten. Das erleichtert die Arbeit. Es ist saubere Arbeiten, auch für die Mitarbeiter. Es ist eingenehm. Es ist schon eine tolle Sache. Es ist ein vollautomatisches Lagersystem für Apotheken. Wir verwalten hier etwa 10.000 Medikamente für diese Apotheke. Und man sieht das dann als Patient und Kunde der Apotheke sehr gut, weil die Kollegen hier nicht mehr weggehen, sondern sich um die Beratung kümmern und um den Patienten. Und die Ware kommt wie von Geisterhand von hinten aus der Wand. Die Ware wird vollautomatisch vom System erkannt. Wir redigitalisieren die Verfallsdaten und auch die Chargenummer, so dass der Apotheker die maximalste Arzneimittelsicherheit anbieten kann. Und die Verwaltung erfolgt vollautomatisch mit dem Warenwirtschaftssystem über den Automaten. Der Umzug in die neuen Räume war für Khaled Hussein genau der richtige Zeitpunkt, um auf Innovation zu setzen. Wo ich mich dann mit der Sache beschäftigt habe, hat mich auch Herr Gollmann hier in der Nähe vor Ort bei sich überzeugt. Ja, habe ich das vor Ort auch besichtigt, auch die Bedienung so. Dann war ich dafür begeistert. Und ich bin auch froh, dass ich es gemacht habe. Das ist unser Stolz heute, dass wir so etwas eingeschafft haben. Zumal die neue Technik exakt den Anforderungen hier am Treff entspricht. Die Automaten werden immer kundenindividuell gebaut, nach den Vorgaben und den Bedürfnissen vor Ort. Wir haben da also keine Standards oder Lagerware, die wir dort verbauen, sondern das sind halt maßgeschneiderte Automaten nach Größe, nach Kapazität, nach Geschwindigkeit und natürlich auch nach Designaspekten, so dass wir den Apotheken immer möglichst einen fugenlosen Einbau garantieren können. Den Mitarbeitern der Apotheke wie auch den Kunden bringt das neue System erhebliche Vorteile. Ich denke auch einer der Hauptgründe für die Apotheke ist natürlich die Bestandssicherheit. Man weiß ganz genau, was man hat. Es gibt keine Fehlmedikationen. Man greift wirklich oder der Automat beschafft immer das richtige Medikament, was auch angefordert wird. Man hat auch Zeit, sich mit Kundenberatung und sowas. Man ist nicht immer ständig weg. Man ist immer mit Kunden im Gespräch und das ist schon ein großer Vorteil. Das Hallesche Unternehmen besteht seit rund 15 Jahren und ist international erfolgreich. Wir haben in Europa über 2000 Automaten installiert und an unserem Heimatort ist das immer ein besonderes Highlight. Für alle, die sich für unser Produkt aus Halle in einer Halleschen Apotheke interessieren, ich denke, es ist wunderbar hier am Treff sich das Bayern Hussein mal anzusehen. Patienten und Kunden erwartet am Treff neben neuer Technik die gewohnte kompetente Beratung. Ich bedanke mich auch bei unseren Kunden, dass sie uns einmal die Treue gehalten haben und wir freuen uns auf sie.